Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich mit euch über die wirklich spannenden Themen sprechen. Zum einen geht es um vier Gründe, warum der Bitcoin-Preis auch langfristig ansteigen wird. Außerdem gucken wir uns an, warum der Bitcoin es geschafft hat, nun über seiner historischen 2%-Spanne zu liegen. Und zu guter Letzt blicken wir auf den Bitcoin als Nummer 11 aller Währungen weltweit und ob das Bitcoin-Kursziel von 350.000 Dollar realistisch ist. Wir sehen also alles in allem erstmal sehr bullische Themen und jetzt gehen wir mal ins Detail. Als allererstes geht es um Delphi Digital, die nun einen Makroausblick veröffentlicht haben, um einfach aufzuzeigen, warum der Bitcoin-Preis auch langfristig weiter steigen wird. Solche entsprechenden Marktanalysen sind natürlich immer sehr interessant und wir gucken uns das Thema jetzt mal in Ruhe an. Als allererstes geht es um das Thema Langzeit-Bitcoin-Hodling. Das heißt also, dass grundsätzlich die Bitcoin-Gläubiger oder die Gläubigen, wie man die auch immer nennen möchte, die Leute, die eben nicht emotional in Märkte investieren und so weiter, grundsätzlich langfristig hodeln. Aber, dass natürlich die Menschen, die also Bitcoin verkaufen und so weiter, vor allem von den Leuten natürlich stammt, die die Zittrigen genannt werden. Das heißt also, die emotional und so weiter reagieren. Und diese Menschen sind dann auch in der Regel die, die also nur kurzfristig in den Bitcoin zum Beispiel investiert haben und damit auch natürlich mitverantwortlich für entsprechende Preiserholungen sind. Und das haben wir in der letzten Zeit auch miterlebt. Und das ist relativ einfach zu erklären, warum das so ist. Ganz klar, wir haben insgesamt eine Gesamtmenge von 21 Millionen Bitcoins. Darauf sind wir begrenzt. Dieser Wert kann nicht erhöht werden. Und da die langfristigen Hodler quasi keine Coins reduzieren und auch keine verkaufen, abstoßen oder ähnliches, wird natürlich eine entsprechende Knappheit geschaffen, in Anführungsstrichen, und dadurch also auch ein höherer Preis pro Coin. Dann geht es um die Dovish Monetary Policies, die sich positiv auf den Bitcoin-Preis auswirken. Dabei geht es um die Rolle der schwedischen Geldpolitik bei der langfristigen Erhöhung der Bitcoin-Preise. Und in dem Bericht heißt es wie folgt. Apropos, die globalen Zentralbanken befinden sich vor dem Hintergrund einer langsamen Konjunktur und einer lauen Inflation in einem Wettlauf um Zinssenkungen. Die Federal Reserve senkte die Zinssätze just diese Woche zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt um 25 Basispunkte, da der Inflationsdruck weiterhin unterdrückt wird. Und was bedeutet das? Das ist relativ einfach. Diese Geldpolitik schafft automatisch eine erhöhte Liquidität, mehr Kapital, was in den Markt gedrückt werden kann, und damit also auch ein entsprechender Rückenwind, der hier für den Bitcoin-Preis und hoffentlich für eine entsprechende Steigerung auch mitverantwortlich sein wird. Man geht eh davon aus, dass solche Zinssenkungen relativ lange brauchen, vielleicht so sechs, acht, zehn Monate, bis sie sich tatsächlich auf den Wirtschaftsmarkt wirklich auswirken. Dann haben wir die weltwirtschaftliche Abschwung-Theorie. Da geht es also vor allem darum, dass das Rezensionsrisiko der USA rapide ansteigt, was also grundsätzlich ein globales Risiko eines Kollaps quasi impliziert. Das würde also auch bedeuten, dass man dazu tendiert, in verschiedene andere entsprechende Anlagen zu investieren. Also, ja, man versucht also quasi Kapital zu retten, wenn die reellen Renditen sinken. Macht irgendwo auch Sinn. Und da geht es dann natürlich auch im letzten Schritt darum, den Bitcoin einfach als sicheren Hafen, als sichere Anlage zu sehen, was natürlich auch automatisch den Bitcoin-Preis erhöht. In dem Moment, wo immer mehr in den Bitcoin investieren, macht das natürlich automatisch Sinn, dass der Preis auch nach oben geht. Ganz klar, ja, erhöhte Liquidität bedeutet also auch, dass der Markt hier anwächst und dass der Preis steigt. Alles in allem sind das sehr positive Aspekte. Hier werden keine negativen Aspekte aufgezählt oder aufgeschlüsselt. Deswegen sollte man mit diesen ganzen positiven Aspekten vorsichtig sein. Aus meiner Sicht sind sie alle grundsätzlich richtig. Es gibt die eine oder andere Gefahr, die wir hier in der Wirtschaftswelt sehen. Und es könnte durchaus sein, und darüber haben schon viele gesprochen, dass vielleicht die Amerikaner irgendwann nochmal kollabieren, wie wir es 2007, 2008 erlebt haben. Aber wann das soweit sein wird und ob es soweit sein wird und vor allem welche Auswirkungen das alles haben wird, das wissen wir zum heutigen Zeitpunkt nicht. Das sind alles Spekulationen. Und am Ende des Tages müssen wir einfach abwarten. Und am Ende des Tages werden natürlich auch die einen die richtigen Entscheidungen treffen und die anderen nicht. Von daher muss man einfach gucken, in welche Tendenzen man sich hier begibt, was man glaubt, was passiert und so weiter und so fort. Wir gucken uns das zweite Thema an und hierbei geht es um den Bitcoin-Kurs und um die historische 2%-Spanne. Insgesamt verbrachte der Bitcoin nämlich nur knapp 63 Tage über dem jetzigen Preisniveau. Und das ist natürlich extrem gering, wenn man mal überlegt, was wir über die Zeit miterlebt haben und vor allem wie lange der Bitcoin eigentlich schon besteht oder existiert. Der Bitcoin existiert seit 3870 Tagen und es gab tatsächlich nur 63 Tage, in denen der Bitcoin-Preis höher war. Und das ist vor allem im Dezember 2017 passiert, das heißt also, wo wir das Thema mit den ICOs und so weiter hatten, wo die Massenmedien angefangen haben, immer mehr Benzin in das ganze Thema hier zu schütten und natürlich jetzt seit dem Januar ansteigend, das heißt also im Juni und Juli, die entsprechenden Tage, die dazu gezählt wurden. Und da ist natürlich die Frage, wie das im Vergleich zu den Altcoins zum Beispiel ist, denn es gibt hier einige Coins, die deutlich schlechter abschneiden. Binance liegt bei 76 Tagen, dann haben wir den Litecoin, der bei 273 Tagen liegt. Bitcoin Cash, Ripple und Ethereum hatten jeweils über 500 bessere Tage. Also man sieht, die Bitcoin-Dominanz, die liegt aktuell sowieso bei 70 Prozent, nimmt weiter zu und die Altcoin-Saison, von der die meisten jetzt gerade sprechen, die wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch nicht wiederkommen. Das ist jedenfalls die Prognose. Auch hier muss man wieder ganz klar sagen, man muss sich selber darüber Gedanken machen, was am Ende des Tages passieren wird. Aus meiner Sicht, der Bitcoin sowieso die Kryptowährung, die langfristig am weitesten steigen wird, weil sie einfach auch die größte ist, weil sie doch das ein oder andere Problem löst. Aber auch hier muss man natürlich wieder darauf hinweisen, Es gibt sicherlich Coins, Kryptowährungen, die einfach die Probleme, die es gibt, hier nochmal ein bisschen besser löst. Aber ja, der Bitcoin, der performt natürlich aktuell einfach extrem gut und besser als die meisten anderen Kryptowährungen. Zu guter Letzt blicken wir auf das Thema, dass der Bitcoin die Nummer 11 aller Währungen weltweit ist und das Kursziel 350.000 Dollar, das betrachten wir. Wir wissen alle, der Bitcoin ist eine absolute Erfolgsgeschichte. From Zero to Hero, das haben wir alle mitbekommen, von 0 auf über 20.000 Dollar oder knapp 20.000 Dollar ist er gestiegen. Dieses Jahr auch nochmal von knapp 3.200 Dollar auf knapp 14.000 Dollar. All diese Renditen sind extrem und extrem positiv und man sieht einfach auch, wenn man sich die Marktkapitalisierung ansieht, von über 210 Milliarden US-Dollar hat der Bitcoin automatisch den 11. Platz hier eingenommen. Wir gucken uns die Grafik hier einmal an, die hier zur Verfügung gestellt wurde. Man sieht also, Gold ist hier an Platz 1, Japan Platz 2, China auf Platz 3, die EU auf Platz 4, dann kommt Amerika, Silber und so weiter und dann auf dem entsprechenden 11. Platz liegt hier aktuell der Bitcoin, der jetzt also das Potenzial auch hat, Russland und Indien einzuholen in den nächsten Jahren. Und diese Dinge sind natürlich extrem interessant, weil der Bitcoin natürlich anonym mit einer entsprechenden Grassroots-Movement-Bewegung dazu gebracht wurde, zu einer globalen Macht zu werden. Ja, ohne CEO, ohne Büros, ohne Marketing, ohne alles, ohne Banken, absolut dezentral und das ist natürlich eine absolute Erfolgsgeschichte, das muss man hier sagen, denn ja, der Bitcoin hat nun mal ein neues Zeitalter eingeläutet und wenn man sich dann noch die Grayscale-Reports anguckt, dann kommt man wieder ins Staunen. Sie gehen grundsätzlich davon aus, ja, dass der Bitcoin hier die 350.000 Dollar, ja, theoretisch erreichen könnte, vielleicht sogar 1,1 Millionen. Ich persönlich halte von diesen riesigen Prognosen nichts und man muss auch ganz klar sagen, dass es hier keinerlei Handelsempfehlungen zu dem Thema gibt. Wenn man sich diese Zahlen anguckt, klar, sie triggert den einen oder anderen, aber man ist sich natürlich nicht sicher, ob das wirklich mal stattfinden wird. Es wäre schön, klar, wenn das passieren würde, aber ich persönlich glaube erst daran, wenn es tatsächlich passiert ist. Alles darunter ist sicherlich auch schon sehr erfolgreich, solange es eben über 10.000 Dollar sind und dann ist sowieso die Frage, wann man investiert hat. Also, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann sind die entsprechenden Prognosen, die wir von Novogratz mitbekommen haben, die wir von McAfee mitbekommen haben, all diese Prognosen sind sehr, sehr, ja, erreichbar geworden, wenn man ja überlegt, dass diese Werte vielleicht doch irgendwann eintreffen, aber ich würde mich persönlich nicht darauf verlassen und am Ende des Tages ist es sowieso, ja, ein entsprechender Zeitsprung, den wir hier abwarten müssen. Es könnte also bis 2045 dauern, es könnte vielleicht in dem nächsten Jahr passieren, wir wissen das alle nicht und die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, aber ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, was hier passiert, wann es passiert und wie hoch der Kurs tatsächlich steigt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wo der Bitcoin in den nächsten Jahren hingehen wird. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen, falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen, ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501